Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mount & Blade 2 Banner-Nord in meiner bereits dritten Staffel und der nun 14. Folge, die Sonntagsfolge. Ich will nochmal vorsichtshalber darauf hinweisen, Sonntagsfolge heißt bei mir, sie geht laut Timer mindestens 45 Minuten, denn in den nächsten Wochen werdet ihr euch ein wenig gedulden müssen, bis dann die 15. Folge kommt. Wenn du wissen möchtest, wann kommt denn die nächste Folge, guck bitte in meinen Veröffentlichungsplan, den findest du in meiner Kanal-Info verlinkt. Und außerdem auch unten rechts auf dem Kanal-Banner ist eine Art Kalendersystem, da trage ich dann immer ein, wann denn die nächste Folge kommt. Meistens halte ich mich daran, einen Monat im Voraus einzutragen, je nachdem wie ich Zeit habe. So, wir befinden uns in Jakulan. Wir müssen immer noch eine Karawane begleiten, eine Handelskarawane eskortieren und jetzt allein schon auf dem Weg von Garland hierher gab es zwei Angriffe, was natürlich nicht so schön ist, aber ist okay. Und in eurer Abwesenheit habe ich gerade schon mal meine aufgefüllte Schmiede-Ausdauer. Ich weiß gar nicht mehr, warum die aufgefüllt war, aber ich habe sie jetzt einfach mal eingesetzt, um die ganzen Sachen einzuschmelzen, die wir ja noch hier hatten. Einige Rezepte wieder dazu gelernt, wenn ich jetzt schmieden wollen würde. Na gut, es verteilt sich natürlich wieder überall hin. Ja, na gut. Ich könnte sogar gerade ein bisschen schmieden, wisst ihr was, wenn wir schon mal hier sind, why not? Freie schmieden, Moment, ich bin, ja doch, ich bin noch zweihart, okay. Machst du wieder den, machst du wieder den, machst du wieder den und machst du wieder den, obwohl ich habe jetzt gerade mittlerweile auch wieder ein bisschen Eisen, aber kein Stahl. Hier aus zwei Eisen, so. Das wird alles wahrscheinlich nur für eine Klinge reichen. Von der Ausdauer her alleine schon. Ne? Da ist noch nur zwei zu drücken. Ja schön, und 32er Schmieden erreicht. Sehr schön. Diesmal denke ich dran zu vergleichen. Äh, Stufe 4 jeweils geworden. Zweihand, ja. Warum machst du keinen direkten Vergleich? Achso, weil das ein anderthalbänder geworden ist. Aha! Oha! So, die hier ist teurer tatsächlich. Die ist besser geworden dadurch, weil sie halt einfach mehr Schaden macht. Länge 116. 112. Handhabung. Bisschen schlechter. Stoßgeschwindigkeit will ich ja gar nicht. Schwungsschaden 56. Da ist die hier besser als eindeutige Zweihand. Ne, dann verkaufen wir die. Äh, ja. Handel. Zack. Ich könnte es auch wieder einschmelzen. Ja, mache ich das aber nicht. Hier nochmal kurz reingeluschert. Oliven sind hier immer noch günstig. Ach, Mensch. Da war ja noch was. Äh, die Wolle habe ich tatsächlich recht günstig gekauft. Ja, okay. Ich hau das alles raus jetzt. Ist ein Gewinn drin. Und wir überschreiten jetzt auch die 20.000. Sehr schön. Schön, schön, schön. Was habt ihr für eine Mission? Äh, eine blöde Mission. Und ich könnte sie sowieso nicht annehmen. Weil ich muss ja auf die Karawane warten. Ich verlasse einfach mal die Stadt. Und stelle mich jetzt hier draußen hin und warte. Und warte. Und warte. Nach Dung Lennis wollen sie. Der Weg von hier nach Dung Lennis führt über sehr viel Beweidetes. Und dann ansonsten bis zum Arsch der Welt. Wollt ihr mich ver... Okay. Aber hey, cool. Die haben sich wieder aufgefrischt. Es waren vorher bloß noch sechs. Jetzt sind sie elf. Okay. 3,7 im Wald. Das ist gut. Dann kann ich immer aufholen. Das können wir nur hoffen. Dass die nicht vorher schon platt gemacht werden. Boah. Zum Glück war das keine... Boah. Es waren keine Questplünder. 2,5 und ich 3,9. Jetzt haben sie wieder freies Feld. Während ich noch verlangsamt bin. Das ist schlecht. Boah, Alter. Ich kriege jedes Mal nur für Sausen, wenn ich noch irgendwelche Plünderer sehe. Ja, natürlich. Sofort rein da. Ah, ein Griff. Wir sagen wieder Auto-Charge, weil die Karawanenmeister werden bestimmt auch wieder an den Charge-Rennen. Glückstreffer? Ja. Nee. Ein paar Kilometer daneben geschossen. Lol. Mal gut. Passt. Muss passen. Was mich halt noch interessieren würde, da wäre ich auch dankbar über eure Hilfe, wenn ihr mir das sagen könntet. Ich habe ja diese gewissen Perks als Hauptmann, die ich ja nun gerade im Moment versuche immer auf meine Armbruchsschützen anzuwenden. Gelten die auch, wenn ich noch nicht mal ansatzweise in ihrer Nähe stehe? Also wie zum Beispiel Nachladegeschwindigkeit erhöhen und sowas geht das auch, obwohl ich gerade nicht in ihrer Nähe stehe auf dem Schlachtfeld, aber trotzdem der Hauptmann bin. Ich stehe halt nur irgendwo bei der Infanterie vorn rum. Das wäre immer sehr interessant für dich. Keine Verluste, das ist sehr schön. Also beide Truppen haben keine Verluste erlitten. Wie sich das hier hört, Plünderer nämlich jetzt nicht gefangen. Zwei Leute wollen aufsteigen. Oh, schön. Zwei Einfluss wieder bekommen. Achso, wie viel machen wir denn jetzt hier eigentlich durch den Einfluss? 400? Achso, immer noch. Ja, okay. Die Sichel brachte glaube ich auch nichts, obwohl man es dann meinen möchte. Obwohl sie könnte Eisen bringen. Ich nehme sie mal. So, der Rest bleibt wieder hier. Zack. Es ärgert mich immer noch, dass ich den falschen Perk genommen habe, ey. Ich wollte ja eigentlich sowohl für Waffen als auch für Rüstungsteile diesen Perk haben, dass man da Erfahrungspunkte bekommt. Bleibt ihr weg, du! Nein, nicht angreifen. Oh, cool, danke. Da hat uns doch ein Batania geholfen. Oh. Bruderschaft des Waldes? Ach, haben die Krieg mit allen? Die haben Krieg mit allen. Das wird es sein. Lol, dann habe ich ja letztens doch nicht mehr wirklich dem Krieg geholfen gegen westliches Kaiserreich. Was? 40 Plünderer? Schon wieder, meine ich? Und das ist gerade mal die zweite Station, die wir anlaufen. Auf jeden Fall Angriff. Und es wäre so viel hilfreicher, wenn die Karawanenleute sich meinem Kommando unterstellen würden und nicht einfach wie die Bescheuerten drauf losrennen, in der Hoffnung sie überleben. Ja, ich kann bloß sagen, Attack. Obwohl, Kavallerie noch nicht. Ihr kommt dann von da drüben. Sobald wir ein paar Meter hinter uns haben. Ja, das ist nämlich alles Berittene. So. Jetzt ist Timingfrage. Ich hoffe, dass meine Kavallerie nicht zu früh da rein chargt, weil unsere Infanterie soll die nach Möglichkeit hier erstmal ausbremsen. Sehr schön. Ja, 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 so solltet sein. Auch wenn wir mitten im Charge waren. Im Schildwahl hätte ich tatsächlich noch beim Anstrommen der Feinde deutlich weniger Verluste gemacht. Weil die sich ja darauf vorbereiten, angestürmt zu werden. Die Gaul getroffen, schade. Warte, jetzt ist der Gaul hier im Weg. Verfolgt er mich auch noch? Der spinnt wohl. So, gewonnen haben wir auf jeden Fall. Vielleicht erwische ich noch einen Durchzufall. Einen Baum habe ich auf jeden Fall erwischt. Definitiv. So, zwei Verwundete nur. Das ist vollkommen in Ordnung. Glogan, was? Hier hat es Internet erledigt. Und den Karawanenmeister. Aber halt nur verwundet. Immerhin. Ich nehme weiterhin leider keine Gefangenen, auch wenn sich das echt rentieren würde. Aber ich bin dann einfach zu langsam. Schöne Erfahrung gemacht hier. Sehr schön. Lastpferde. Warum haben die nur Lastpferde dabei? Vierer Geschirr? Nogant? Nein. Ich komm, Leute. Ich habe schon zu viel in der Lastpferde. Ich lege sogar zwei wieder ab hier. Ja. Und warum habe ich das gemacht? Damit ich leichter Kopf rechnen kann. Alles nicht so der Renner hier. Können wir da lassen. Ja. Kleine Axt. Ein Hand. Okay. Nee. Kann ich wieder einschmelzen. Tausend Erfahrungspunkte für meine Leute. Und ich selbst habe sogar noch zwei Hand geskalt. Sehr schön. Ich frage mich nur, wodurch. Ich habe keine einzigen Treffer gelassen. Doch, ich habe... Alles gut. Ich war gerade noch in einer anderen Schlacht mit dem Gop. Äh, mit Äxten und Zweihandstreitkolben. Genau das möchte ich haben. Außer im Infanterietruppe 2% höherer Schaden, wenn ich Hauptmann wäre. Der Infanterie. Ansonsten ist es halt wenigstens von meinen Armbruchsschützen 2% mehr. Und... Hier. Halt. Dieses Menü finde ich ein bisschen praktischer. Schilde, Armbrüste, Armbrüste. Und wieder ein weiterer Reiter. Leider macht es uns nicht schneller. Es tauscht sich ja nur hin und her, wie wir festgestellt haben. Sorry. So. Wir begleiten weiterhin die Karawane durch den Wald. Ein Verwundeter macht uns jetzt gerade ein bisschen langsamer. Allerdings ist die Karawane ebenfalls verlangsamt mit ihren Verwundeten. Immerhin. Und da drin ist auch schon Dung Lendis. Und wir könnten noch Glück haben, an einem Turnier teilzunehmen. Jawohl. Sehr schön. Armee der Wilderer wäre eine schöne Mission, wenn ich nicht gerade noch zu tun hätte. Wettbetrug weiß ich noch gar nicht. Habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ja gut. Handel. Wie sieht es hier im Allgemeinen aus? Ich sollte mal auf die linke Seite gucken, da wo die Sachen zum Verkauf stehen. So. Werkzeuge. Könnten noch einen Ticken besser sein. Entweder woanders hat deutlich höhere Preise. Oder hier nochmal ein bisschen weniger Preise. Was haben die denn hier eigentlich? Weintraum, Hartholz, Getreide und daraus dann Holzwerkstatt, Brauerei, Schöpferei. Also die Werkzeuge werden hier noch nicht mal hergestellt. Eigentlich haben wir uns zu viel geliefert bekommen. Nee, ich glaube ich nehme tatsächlich nichts mit diesmal. Nee. Außer noch mal ein bisschen Hartholz. Nee. Nee. Doch. Doch. Okay. Komm. Auf 70 Euro. Aufgestockt. So. Viel zu teuer alles hier. Und Sattelpferde wären mir momentan erstmal lieber. Dass ich wenigstens erstmal bis Level 4 die Kavallerie bekomme. Ich trage ja gar keinen Schal. Ich kriege ja noch einen Husten. Oh. Na gut. Äh. Die Waffen schmelt sich ein. Genau. Passt. Ich will nur mal gucken. Ich habe mich nicht getäuscht. Die Sicheln bringen Eisen. Immerhin. Brauche ich kein Eisenerz wiederverwenden dafür. Nun gut. Rekrutieren können wir nicht. Doch. Ich habe ja einen verloren. Das ist ein Batania. Macht keinen Sinn. Für mich. So. Wir warten wieder vor der Stadt. Oh. Die Batania haben Kriech. Der reitet mit 1000 Mann. Wer ist das eigentlich? Kurien. Oder sie haben keinen Kriech. So wie unsere Wlandier. Die auch einfach mit einer Armee. Umher reiten. So. Wohin soll es gehen? Das habe ich nicht mitbekommen jetzt. Ich habe das Turnier verpasst. Ah. Ich depp. Epikrotea. Oh. Das westliche Kaiserreich wird es noch mal wissen. Und ich reise gerade nach Epikrotea. Welches nicht das westliche ist. Aber ich könnte dann von dort aus irgendwie versuchen hier lang zu reiten und jemanden zu erwischen unterwegs. Dass ich das Turnier jetzt so verpennt habe, kotzt mich ein bisschen an. Äh. Wait. Wie war das noch mal? Ich muss irgendwie so machen. Ja. Es gab auch einen Knopf dafür. Um das mit der Kameraverfolgung zu machen. Ah. Ergion. Mit dir hätte ich reden müssen. Mist. Jetzt sind sie aber fleißig hier am Armeengründen diesmal. Gucke ich mir dann an, wenn wir so weit sind. Jetzt müssen wir bloß noch die letzte Station abreißen. Karawanen-Escorte ist meines Erachtens nach immer nur drei Stationen. Und da werden sie auch schon angegriffen. Von 19 Plünderern. Okay. Und die Karawane hat sich jetzt in Dunglandes auch wieder ein bisschen aufgefrischt. Immerhin. Oh. Interessantes Gelände. Sehr interessant sogar. Und vor allem die stehen so nah, dass wir denen sofort eine drücken können mit unseren Armbotschützen. So. Und zwei Reihen am besten. Dann können nämlich alle schießen. Genau. Mh. Kavalerie. Kommt mal da hin. Infanterie. Lassen wir hier so laufen. Fortschritt. 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 Deckt sie ein mit Beuzenhagel. So. Ah. Viel zu hoch gezielt. Aber interessant. Wie erst mal da... Wie sag ich nicht? Zehn Plünderer versuchen, den einen Reiter zu erwischen. Vorhalten, Robin. Ich weiß. Da werde ich nichts mehr erwischen. Da treffe ich nur auf eigene Leute. Wäre ein bisschen dumm. Gut. Haben wir. Ohne Verluste? Ohne Verluste. Sehr schön. Blünderer habe ich nicht gefangen. Wie immer. Essen ist immer gut. Datteln hatte ich noch nie dabei gehabt. Schlimm. 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 Die gucke ich gar nicht erst nach. Nagelkeule. Ich glaube, die brachte komplett nur... Hart. Hört sich. Nehmen sie mal mit. Ist ja bloß eine. Und das macht ja hier auch keinen Unterschied. Boah. Eigentlich kann ich den Bums immer noch mal verkaufen, wie mir einfällt. Aber die bringen halt nichts. Sie bringen halt nichts, die Holzdinger. Nur mal so ein paar kleine Groschen. So. Wir beschützen weiter die Karawane. Ich würde am liebsten sagen, Epikrotria ist ja nicht mehr weit. Aber... Und wir ja doch. Ah. Bei den Bergfahrt gehen wir. Seon, auch ein Turnier. Unterschub habe ich irgendwo gerade entdeckt. Ja, 40 Plunderer. War ja klar. Musste ja noch mal kommen. So. Helfen wir. Zum Glück sind die fünf gerade weggelaufen. Sonst wären die noch mit reingerannt. Wir greifen natürlich mit an. Interessantes Gelände. Was zumindest die Schützen angeht, dass die sich hier gut aufstellen könnten. Und wir sind wieder am Arsch. Auf gut Deutsch. Ach, jetzt werde ich ja auch hier hinten aufgestellt. Ach. Ich laufe schon los. Ah ja. War ja klar. Und immer schon auf die Feinde schießen. Nicht auf uns. Danke. Uah. Das war jetzt komisch. Da kommen sie schon. Ich hoffe, wir kriegen noch eine ordentliche Salve reingedrückt da. Ich habe was getroffen. Yay. Der erste ist schon gefallen. Und sie rennen natürlich durch. Wie sich das für eine Kavalerie gehört. Aua. Haha. So schön geht ein Baum hier ran. So. Meine Kavalerie wird jetzt noch mal Gegendruck verursachen. Hoffentlich. Na. Weicht zu langsam. Hallöchen. Hahaha. Schöne Nackenschelle verpasst ihr. Mein Infanterie-Blob ist schon langsam, aber sicher nicht zu verachten. Wo sind die feindlichen Baumschützen eigentlich? Wollen da hinten bei meinen Armbruchschützen rum? Ich sehe nur dummerweise keinen Feind mehr. Das ist ein ummittelbarer Nähe. Das ich nur erwischen könnte. Lass ihn mir. Lass ihn mir. Ach da. Der eine Reiter noch. Okay. Das war's. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Hätte mich nur trotzdem nicht gestört, wenn ich die Karawane begleite, sondern ich hätte auch befähigen können. Nein. Ich habe wieder einen verloren. Euer Ernst. Rekrut. Okay. Rekrut ist okay. Nogant kriegt irgendwie nur auf die Fresse momentan. Obwohl er derjenige ist mit dem höchsten Level und den besten Perks. Aber seine Rüstung ist halt nur für den Arsch. Warte mal. Kann ich mir gerade wieder? Ja, kann ich. Ist zwar nur einer. Aber immerhin. Der hier wird nur aufgelevelt. Ja, meine Armbruchschützen machen sich langsam bezahlt hier. Noch zehn Rekruten. Naja. Will ich oder will ich nicht? Wir sind ja schon fast da, habe ich gesehen. Bringt nochmal ein kleines Sümmchen. Apropos steht es jetzt eigentlich hier. Die 310 oder kriege ich die 310 pro Tag immer erst ausgezahlt, wenn wir angekommen sind? Kultur 105? Kultur 105? Was wie? Kultur. Oh, und der Söldnervertrag hat sich angehoben. Auf 7. Wir machen Plus tatsächlich. Was ist denn Kultur jetzt bitte? Warum kriege ich denn jetzt Geld? Durch Kultur? Was ist das? Das ist das zum ersten Mal? Oh, sehr schön. Drei mehr. Jetzt sind wir wieder bei 0,46. Kein Herdema. Malus, Entschuldigung. Schluckauf gehabt. Nogant, was sagt? Deine Pferderüstung hier auch wieder bloß für ein Poppes. Seine Pferderüstung ist halt für den Arsch irgendwie. Shit. Hat er zwar aber schon deutlich besseres. Pfeil und Bogen will ich ihm gar nicht geben. Hatte ich jetzt eigentlich irgendjemanden dabei, der Pfeil und Bogen gespielt hatte? Ja. Dermot. Habe ich Dermot schon irgendwo zugeordnet? Nee, der würde automatisch vorne in der Infanterie stehen. Was ein bisschen doof ist. Aber er hat einen guten Brunschel. Ja, hier. Zack. Zack. Shit, braucht er nicht. Okay. So, warte mal. Zählt das? Nee, es zählt nicht. Dann kann ich es mitnehmen und verkaufen. Gut. Das nehmen wir auch mit. Jo. Ja, alles klar. Lastpferd bleibt hier. Der Rest ist dann wieder Truppenerfahrungspunkte. Sehr schön. Es geht vorwärts. Da ist schon Epikrotär da hinten am Horizont. Moment mal. Jetzt bin ich genauso schnell. Sind die nicht mit 6,5 losgedü... Ja, sie sind mit 6,5 losgedüst, haben aber unterwegs noch welche verloren. Ah ja, jetzt habe ich die 2,000 bekommen. Ja, immerhin. Sagot wird belagert. Ja, schön. Ich treibe mal hier noch ein bisschen Handel. Was habt ihr denn so schönes? Und was produziert ihr? Schmiede tatsächlich. Brauerei und Gerberei. Sieht auch alles nicht so klusbar aus hier. Eiseneres könnte ich jetzt tatsächlich wieder günstig mitnehmen. Werkzeuge in diesen Mengen ist schon wieder in Ordnung schon fast. Aber ich habe auch schon Preise bei Werkzeug gesehen. Das ging in die Hunderte. Von daher, Karas, Sargot, Garland und Jakunan anzufahren, nur um halt den etwas mehr als doppelten Preis zu bekommen. Könnte sich woanders noch mehr lohnen. Weiß nicht. Ich war schon lange nicht mehr im Braven. Ich war schon lange nicht mehr im Braven, tatsächlich. Und Eiseneres ist hier tatsächlich auch in Ordnung. Ich nehme 50 davon mit. Und hiervon auch 50. 2000 bezahle ich dafür. Ist schon mehr oder weniger fast von meiner Quest alles gewesen. Jot, rekrutieren kann ich hier wieder was Kaiserliche. Ja. Missionen will ich eigentlich gar nicht. Eskorte. Jetzt wäre es witzig, wenn die nach, äh, äh, wenn es dieselbe Karawane wäre, die wir gerade hierher begleitet haben, die jetzt wieder zurückreisen wollen. Wäre irgendwie witzig. Taverne noch. Nee. Nee, alles nicht verändern gerade. Und natürlich kein Turnier. Natürlich. Ja, okay. Verlassen. Sargoth wird belagert. Ist natürlich nicht so schön. Die haben Silbererz hier. Problem ist nur, es kostet mich Ansehen und Ruhm, wenn ich das hier mache. Ist halt unehrenhaft, wenn ich so ein Dorf überfalle. Berikan ist in der Nähe mit 484 Truppen. Das ist ja schon mal etwas. Verteidiger sehe ich jetzt hier natürlich gerade nicht. Ja. Kann man nur hoffen, dass Berikan schnell da ist. Wo sind die anderen Armeen? Aldrich ist wieder am, am Poppes der Welt. Hackert, was machst du hier hinten, wenn der Feind hier drüben ist? Naav. Kann man jetzt nur auf Berikan hoffen, dass der das irgendwie schafft. Und ich muss jetzt halt so schnell wie möglich wieder erstmal im Wlandianisches Gebiet. Das macht mehr Sinn. Verkaufen, nachrekrutieren. Ja. Lauf ich mal nach Oxfoll. Da bin ich wenigstens ein bisschen auf der sicheren Seite, dass ich nicht noch von westlichen Kaiserreich-Leuten angegriffen werde auf dem Weg nach Hause. Ja, hoffenweise Waldbanditen wäre schön, aber die Zeit habe ich gerade nicht dafür. Jetzt möchte ich mich halt auch mal in der Armee anschließen. Oder wenigstens neben ihr herlaufen. Auf dem Heimweg noch ein bisschen Turniere gewinnen, weil es bringt ja eine schöne Bezahlung momentan für uns, ne? Wenn ich auf sieben pro Tag komme. Ah! Hab ich die Zeit zum Warten? Es ist schon fast Mitternacht. Tja, ich hab die Zeit zum Warten. Arena. Beitreten. Halb Schuppen-Harnisch. Das wiederum klingt doch vernünftig. Entweder für mich oder für unseren Bruder. Nein, ist das wieder aber so ein Ding. Ah! Aber gut, kann unser Bruder jedenfalls gebrauchen. Ich muss ab und zu mal auch gucken nach dem Zustand des Pferdes unseres Bruders. Denn wenn die Pferde im Kampf fallen, können sie erlahmen, wenn nicht sogar endgültig sterben. Blaues Team. Bogenschützer. Treffer! Ich hab's vorher gesagt, dass er treffen wird. Ich meinte aber halt, ich mein... Hä? Mist. Okay. Müssen wir's so machen. Aua! Jetzt reicht's aber. Na, warte mal. Ich war doch nicht fertig. Danke. Wuhu! Adrenalin! Au, nein! Ah! Verdammt! Das hätte fast funktioniert. Hätte ich mir sparen können, hier an der Geschichte, haben wir Geld verloren. Tschüss. Bin halt disqualifiziert. Alles klar. Dung Lennis ist mir jetzt ein zu großer Umweg, möchte ich behaupten. Oder? Nee, eigentlich nicht. Ich kann direkt nach Dung Lennis und da nochmal das Turnier nachholen. Und hier nochmal nach botanischen Ponys gucken, wenn sie grad günstig sind. 22 Plünderer. Oh. Hier sind sie alle. Ich suche sie sonst und hier rennen sie rum. Nee, hier ist Truppenrekrutieren, Robin. Du wolltest nach Handel gucken. Erstpferde. Botanische Ponys. Tatsächlich. Günstig. Das geht noch teilweise. Ist auch das erste Kriegsrost, was wir gleich wieder gebrauchen könnten zum Upgraden unseres Einreiters. Ja doch, komm. Wipp her. Dann gucken wir gleich wieder hier rein. Warte mal, hab ich die irgendwie unterschiedlich geskillt? Loll, Robin. Du hast einfach mal... Loll. Du hast einfach mal Elite-Truppen mit dir hier gehabt und hast das gar nicht kapiert? Fug. Und wir hatten doch einige Klappen verloren. Nerf. Unsere erste Elite-Truppe. Nee, warte mal. Ich hab doch hier... Ach nee, der ist jetzt von Ritter zu Champion geworden. Diese hier sind das irgendwelche dort. Okay. Verlassen. Verlassen, verlassen, verlassen. Und... Dank Lendes. Machen wir noch das Turnier, wenn es noch stattfinden sollte. Es bleibt ja immer ein paar Tage aktiv. Bis man es verkackt hat, so wie ich gerade... Ergeon! Ah, kein Turnier mehr. Na gut. Ich hab auch in Dank Lendes gar nicht nach Pferden geguckt. Als ich vorhin da war, glaube ich. Handel. Pferde. Batanische Ponys. Oh, guckt mal, Leute. Die sind ja richtig günstig diesmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Ja, ist ein Preis, der nicht zahlt. Okay. Aber ich finde, der ist okay. Berittene Fußtropfen plus 0,77. Ist okay, würde ich sagen. Dann haben wir die Lastpferde tatsächlich nur noch dazu da, um Massen zu transportieren, falls es mal notwendig sein sollte. Da könnte ich jetzt sogar noch sagen, ich mach das so. Ja. Gar kein Malus mehr. 5,6 Geschwindigkeit. So muss es sein. So ist es fein. Habt ihr irgendwas Schönes da, was ich gleich noch mitnehmen könnte? Ton. Ja, ja. Wie viel hatte ich die gekauft? Für 30, genau. Hatte ich nicht noch etwas gekauft? In größerer Menge? Zum Verkaufen? Habe ich wohl vergessen, oder? Blöd. Ah ja, Eisenerz. Geht. Geht. Über 30 wäre mir lieber. Ich nehm noch Ton mit. Sogar ein bisschen mehr diesmal. Okay. Transport innerhalb der Kapazität. Kann es sein, dass das wieder besser wird, wenn ich mehr Lastpferde bei habe? Ich will es jetzt nicht ausprobieren. So. So. Auf nach Oxhall. Diesmal ohne Umwege, wenn es geht. Da ist Griech. Und keiner geht hin. Na gut, der wird schon gejagt. Außerdem, alles, was ich hier am Plünderer jage, dient eigentlich wirklich nur mir und nicht dem Reich. Also nicht dem Landianischen Reich. Bösen es den Bataniern, weil ihre Dörfer nicht überfallen werden und alles. Oder ihre Dörf leer. Ha! Ein Turnier in Oxhall. Na. Passt ja. So. Handel. Bitte. Komm, egal. Wir müssen gleich in den Krieg ziehen. Wächter mit Eisenerz. Ne. Mindestens für 30 würde ich das verkaufen. Ton für mindestens 20 dann in dem Fall. So. Geld gemacht. Was hast du? Rekruten. Taverne. Wer ist hier drin? Vaterlos. Bogenschütze. Reiter Einhand. Nö, danke. Rekruten bitte wieder. Ach so. Es sind immer noch 30 davon. Exakt 40? Wow. Hm. So. Rekruten. Eins. Zwei. Passt. Nein. Turnier vergessen. Moment. In die Arena. Tritt dir ein Turnier bei. Beitreten. Ich hab jetzt nicht geguckt, was es gibt. Ein Pferd. Okay. Ist ja nicht so, dass ich grad doch teuer welche eingekauft habe für 5000. Aber okay. Freut sich der nächste Champion drüber. Warte mal, warte mal, warte mal. Das wär mein Schlag gewesen, Amargun. Schämst du dich nicht? Ich hab die dreckige Lache vorher gemacht. Das war ne Ankündigung, dass ich den nächsten Treffer lande. Mann. Nächste. Der hat gesessen. Ach, schade. Ich dachte, ich erwische ihn doch von hinten. Da ist nämlich die Rüstung nicht so gut. Da macht man manchmal ein bisschen mehr Schaden. Oh, Seite geht auch. Ich mach mich so langsam. Auch wenn ich's irgendwie nie hinbekomme, so richtig mit Lanze hier zu kämpfen. Also Lanzen-Modus. Obwohl das jetzt was werden könnte. Jawohl. Amargun. Ha. Das hast du davon. Hättest du mir mal von den letzten Schlag gelassen. Na. 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 Och, kipp's doch nicht. Was ist das? Moment, Freundchens. Ja, mit S hinten dran. Bei Mehrzahl. Du hast meinen Bruder erschlagen. Schämst du dich nicht? Ich wusste gar nicht, dass du mitgespielt hast. Aber okay. Bitte ducken sie sich nicht. Was? Der war daneben. Ich werd bescheuert. Mach mal so. Hier. Bisschen mit dem Stöckchen rumpiksen. Ach nee, es war mein Bruder. Oh. Sorry, Bro. Okay. Nogan kommt sogar noch mit mir ins Halbfinale rein. Peric ist auch wieder dabei. Ah, Hippe diesmal. Oh, da könnte er mich tatsächlich nackig machen. Obwohl seine Rüstung schlechtert meine. Aber sein Zweihand-Skill ist besser als meiner. Ja. Und man sieht auch schon den Level-Unterschied hier, ne? Was? Ein One-Hit? Ach. Der war doch noch angeschlagen. Aus den Kämpfen davor. Er ist ja noch gar nicht zu 100% geheilt. Und so geht er ja auch ins Turnier rein. Äh. Danke. Boah. Reichweite nicht erreicht. Sehr schön. Wieder fünf Einflusspunkte aufgrund unseres Perks. Sehr schön. Ruhm ist natürlich auch immer schön. Gruppe. Nee, Quatsch. Da. Nogan. Hier. Ja, das Pferd mal angucken. Er reitet schon das Pferd. Okay. Gut. Ich nehme den Versuch rein. So. Wie steht es denn jetzt in Sagot? Es wird nicht mehr belagert. Und hier sind tatsächlich Aldrich und Berikan angekommen. Und Hackert steht sogar noch in der Nähe. Wir reisen auch mal dahin. Vorher noch ein Abschlecher nach Praven. Das tut mir leid. Ich wollte noch wegen dem Eisenerz gucken. Und vielleicht noch wegen dem Ton. Und da ist noch ein Turnier. Ich weiß es nicht. Ich mache das echt nicht absichtlich, Leute. Ich weiß ja nicht, wovor die Turniere sind. Obwohl ich gesehen habe, man kann es ja rausfinden wohl. Weil man mit den richtigen Leuten spricht in deiner Stadt. Ich glaube sogar mit dem nächsten Turniermeister. Äh. Mit dem Arenaleiter in der jeweiligen Stadt. Ich glaube, dem konnte man anquatschen und fragen. Weißt du, wo das nächste Turnier stattfindet? Handel. Nein, das ist Schmiede, Rommin. Ich sagte Handel. 15,24. Wir nähern uns schon so langsam, aber sicher dem Ziel. Aber nur langsam. Deswegen sage ich nö. Noch irgendwas, was ich mitnehmen möchte unbedingt? Hm. Was sagt mein Essen? Fisch, Oliven und Getreide sind schon mal drei Nahrungsarten. Ach ja, wir haben ja auch den Perk, dass es keinen Manus mehr gibt, wenn es nur eine Nahrungsart gibt. Habe ich ehrlich gesagt jetzt voll vergessen. Nehmen wir nochmal 20 Fisch mit. Oliven sind hier ein bisschen was teurer. Nehmen wir stattdessen nochmal 40 Weintrauben mit. So. Dann ist erstmal was da. Was gibt's denn zu gewinnen? Ritterfall. Das könnte eine Waffe sein. Aber was für eine? Ein Streitkolben. Na gut. Nur ein Hand, oder? Ja, schade. Erstmal gibt's einen großen Mosch. Ich bin im grünen Team. Und andere Schütze. Moment, sagt mir doch jeder, dass ich schießen muss. Ah, verdammt. Warte mal, da sind noch mehr feindliche Teams, ne? Was? Wie konnte der daneben gehen? Brunnen ist gefallen, habe ich gerade gesehen. Sitter. 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 Welche Team in der Hand ist? Ich bin grün, okay. Äh, warte mal. Hallo? Guten Tag, ja? Könntest du dich vielleicht mal um die hinter dir kümmern? Danke. Au! Boah! So. So. Damit er gar nicht erst den vollen Schwung nutzen kann. Da lieber auf Nahkampf gehen. So, das muss ich nur noch irgendwie überleben hier. Oh, nice. Danke. Schaffst du das nicht? Ja, perig. Aber perig ist weiter. Huch. Entschuldigung, Felsen. Tut mir leid. War nicht meine Absicht. Gelbes Team wieder mal. Ein Hand, okay. Lassen sie mir Arzt. Ich bin durch. Äh, warte mal. Ich bin wieder alleine? Was können die eigentlich? Ich dachte, ich stelle mich schon blöd an. Aua, ja. Tue ich auch. So. Hier doch. Nee, du kriegst kein Highground, Freundchen. So. Was? Wenn man halt nur Zweihänder hier wohnt ist von der Reichweite her. So. Brunnen war das wieder mal. Ja, das heißt Brunnen ist weiter. Mein wahrscheinlich nächster Gegner. Ja. Wir haben auch schon mehr hier rausgezogen aus dem Turnier. Och, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö mit einer Lanza auffährt, der Vorteil schlechtert. Unspektakulär, ich weiß. Brunnen, alter Freund. Das wird doch irgendwie immer weniger. Och nö. Fährte troffen, schade. Ah, schade. Ich hab gehofft, ich treffe ein genau in dem Moment am Kopf. Hier wird Brunnen brauchen auf jeden Fall eine bessere Rüstung, wie ich gerade gemerkt hab. Ich hab ja richtig gut Charme verteilt bei ihm. So, gucken wir mal ganz schnell nach, ob Nogant diesen Streitkomb benötigen könnte. Das ist er nicht, das hier ist er. Äh, nö. Verlassen. Und wir reisen weiter in die Richtung der Armeen. Die jetzt offensichtlich in die Offensive gehen. Festung Taktoria vielleicht. Oder Festung Garontor. Garontor wäre tatsächlich was Schönes. Da könnte man sich von dort aus eventuell auch ein bisschen bei den Asserei austoben gehen. Was haben die hier für eine wahre Rohseide oder was? Nee, Salz. Ortizia. Oh, alles so verlockend, ne? Die ganzen Ressourcenstädte. Wer auch dann demnächst mal einen Lehn haben. Ich setze es mir selber als Ziel. Ehrlich gesagt, erst wenn ich einen Lehn habe, möchte ich mich halt auch um eine Frau kümmern. Damit sie es zu Hause hat. Damit sie es auch verwalten kann, das Zuhause, wie gerade ich irgendwo unterwegs bin. Aber erst nachdem sie ein paar Kinder geworfen hat. Das war ein bisschen unsensibel ausgedrückt. Ich weiß. Tut mir leid. Ich kann nicht anders. Es tut mir leid. Es hält mich halt auch finanziell über Wasser, wenn ich halt unseren Einfluss ein bisschen nach oben halte und dementsprechend hier auch die 700 pro Tag bekomme und nicht die 400. Deswegen würde ich sagen. Noch einmal kurz gucken. Alles weg. Gut, ja, na gut. Taverne, Frostbad. Wir sind Speer 80 und Sturgeer. Dann sagen wir zackte Bumbe, zackte Bumbe, zackte Bumbe. Oh. Stufe 3 nur, aber okay. Mal gucken. Einfach mal gucken. Na? Würdest du jetzt bitte einfach mal liegen bleiben? Das wäre ganz freundlich von dir. So. Schöner Schildschlag. Falls ihr euch fragen solltet, wie macht man den Schildschlag? Blocke mit der rechten Maustaste. Drücke dann E. Ansonsten machst du mit E-Bus einen Tritt. Kann auch witzig sein, der Tritt. Ja. Kann dir aber auch die volle Deckung rauben und dir den nächsten Schlag vom Gegner so dermaßen reinzwiebeln lassen, dass du gibst. rotes Team, alles klar. Hallöchen! Au, er hat mich auch erwischt. Okay. Ängste. Unteroffizier mit Armbrust. Ist natürlich ganz fies. Hallo. Guck, guck. Ich rede mit dir. Dann halt nicht. Aua. So. Du auch noch, ja? Komm. Oh, das sah fies aus. Das sah sehr fies aus. Das arme Tier auch in dem Fall. Gut. Nächste Runde, bitte. Einzelkampf. Seit langem mal wieder. Also gefühlt seit langem mal wieder. So, also noch mal langsam. Rechte Maustaste. E. Rechte Maustaste. Ja. E. Und das raubt ihr noch erstmal schön die Deckung. Ja? Mach das auch mal. Los. Ja, du. Hier. Mach mal Schild hoch. Mach mal Schild hoch. Du sollst dein Schild hoch machen. Ich will gucken, ob man ihn damals richtig aus der Deckung rausschlagen kann sogar. Ob das so ein Deckungsbrecher einfach ist. Ja. Ja. Mach Schild hoch. Mach Schild hoch. Ja. Er nimmt sofort das Schild wieder runter. Mann. Muss... Müsste man theoretisch im Schildwall ausprobieren später. Problem ist nur, ich habe ja kein Schild auf der Schlachtwelt. Ich werde diesmal auf Zweihand axt oder Streitkolben gehen. Zweihand. Gibt es hier eigentlich auch was? Ah, Stoßen gibt es hier. Ah, er muss man was treffen können damit, ne? Schwierig. Dann lieber so. Ach, das sind die Vorhutdinger. Dinger vor allem. Typen meine ich. So. Job was gelevelt? Athletik. Ja, schön. Verringert das Gewicht deiner Rüstung um 15%. Ich bin jetzt schon schneller als meine Infanterie. Fußtruppen der Stufe 3 und höher in deiner Formation erhalten 4% Bewegungsgeschwindigkeit. Schnelle Armbrustschützen wäre natürlich auch ganz nice. Waffenhandhabung. Dann will ich lieber die Waffenhandhabung haben. In dem Fall bin ich sogar mal egoistisch und denke nicht an meine Armbrustschützen. Ja, definitiv. Die wird später noch enorm wichtig sein. Äh, Inventar. Helm. Genau. Ich musste gerade wirklich überlegen, was haben wir denn gewonnen. Okay. Nogant. Mein Bruder. Da. Familie kriegt zuerst. Jetzt können wir aber hier nochmal durchgucken. Ja, das ist schon eine Verbesserung. Und hier? Nicht wirklich. Und hier auch nicht, wa? Ja. Gut. Haben wir das auch. Immerhin. Wie sieht es denn mittlerweile mit der Clan-Stufe aus? Boah. So knapp vor der Clan-Stufe 2. Was ehrlich gesagt eigentlich mein Wochenziel war, was ich mir so insgeheim vorgenommen hatte. Boah. Wie fies. Haben wir dann zufälligerweise gerade mal einen Belagerer hier? Ne, ist ja immer noch Frostbad. Na gut. Belagerer muss ich erst noch finden oder mitzüchten. Also sprich, unser älterer Bruder, dem wir ja schon dahingehend ein bisschen gespielt haben. Äh, jüngerer Bruder. So. Nun gut. Da fällt mir ein, was macht Nogant überhaupt in meiner Gruppe? Den Quartiermeister habe ich ihm gegeben. Genau, stimmt. Ja, ja, ja. Quartiermeister ist er. Okay. So, Leute. Bevor ich es ewig in die Länge ziehe. Ist vorbei für diese Woche. Tut mir leid. Aber ich habe, wie gesagt, noch ein bisschen private Termine. Musstet es mir sogar schon die Satisfactory-Aufnahme verschieben. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaut einfach morgen wieder rein beim nächsten Spiel. Die GD3 dann in dem Fall. Oder einfach in ein paar Wochen wieder bei der 15. Folge. Wie ich schon am Anfang der Folge erwähnt. Guckt in die Kanal-Info. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt und so weiter. Tschüssi, Kowski.